Wenn du sagst, dann bist du geschützt. Du bist geschützt. Aber wenn dir etwas widerfährt oder wenn dir etwas passiert, das bedeutet, entweder dein Glaube an diesem Bittgebet ist nicht fest oder du hast etwas getan, was die Wirkung dieses Bittgebetes verhindert. Das ist genau wie ein Medikament. Du nimmst ein Medikament und wenn dein Körper bereit ist, dann wird es wirken. Wenn nicht, dann wirkt das nicht. Oder es gibt vielleicht Hindernisse, dass diese Wirkung eines Medikaments ist. Natürlich alles mithilfe Allah, mit seiner Erlaubnis, dass dies nicht passiert.